Liebe Mosacherinnen, liebe Mosacher, wünsche ich Ihnen ein gutes und gesegnetes und glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 2011. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Mögen für unseren Stadtbezirk alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ein gutes neues Jahr. Mit Mosach verbinden mich zunächst einmal 32 Jahre, die ich von meinen 35 Jahren hier lebe. Ich bin in der Boastai hier aufgewachsen und fühle mich sehr wohl in dem Stadtbezirk und mache ja auch schon sehr lange Politik. Ich bin seit gut elf Jahren hier CSU-Ortsvorsitzender, bin im Bezirksausschuss seit 1994, also kenne den Stadtteil wirklich sehr intensiv, sehr gut und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl. Ja, ich wünsche mir, dass wir jetzt nach Abschluss des U-Bahn-Baus ein attraktives Ortszentrum bekommen. Die Oberflächenarbeiten sind ja noch in vollem Gange. Momentan schaut es ja noch relativ wüst aus an der Oberfläche. Ich denke, wir werden hier aber ein schönes Stadtzentrum, ein schönes Quartierszentrum bekommen. Und ja, ich wünsche mir auch, dass wir unsere Arbeit, unsere positive Arbeit im Bezirksausschuss fortsetzen können und hier wirklich weiterarbeiten, diesen Stadtbezirk attraktiver zu machen. Ich denke, die U-Bahn wird sehr gut angenommen. Das hat auch schon die Öffnungsfeier gezeigt. Es waren Tausende von Menschen hier. Wir haben hier ein tolles Bürgerfest erlebt und ich glaube, es ist wirklich ein Gewinn für unseren Stadtbezirk. Ich habe es damals in meinem Kommentar schon im Mosacher Anzeiger auch geschrieben. Es ist ein kleiner Wermutstropfen mit dabei, nämlich dass diese Buslinien hinten in der Andernach und der Bingener Straße durch die U-Bahn entfallen sind. Die Leute haben jetzt einen sehr weiten Weg. Aber da arbeiten wir von Seiten des Bezirksausschusses noch dran, dass wir hier eine Lösung finden und dass wir vielleicht diese Busse auch wieder zurückbekommen. Erstes Zeichen haben wir schon. Die Stadtwerke lassen zunächst mal die Buswärtehäuschen entstehen, sodass wir doch vielleicht hier noch einen Erfolg erzielen können. Das wünsche ich mir auch für 2011.